Ich schreibe den Tafel um und den Heimlaufen. Ich bin da so im Halbneutigkeiten weiter, aber ich kann auch halblaufen. Das Wetter ist ja wohl ganz schön dabei, aber nicht, ne? Schön, ja. Genau, aber ich kann auch laufen. Und dann, ich glaube, das ist ganz schön. Ich weiß nicht, ob ich es durchlesen kann. Ach, mein Gott. Was gibt es denn da? Und einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen im Wietz-Ede-Deutschmann auf der Fahrt nach Berlin-Ostmannhof. Für den Schnee, eine angenehme Reise. Mein Name ist Michelle Beig, bei Fragen sprechen Sie mich oder mein Team gerne an. Und bitte beachten Sie, die Mitfahrt hier bei uns im Zug ist nur mit einem getragenden Mund- und Nasenschutzgestatt. Und jetzt fängst du dann auch auf www.warten.de Und jetzt fängst du dann auch auf www.warten.de Jetzt fängst du dann auf die Fahrt nach Berlin-Ostmannhof. Und jetzt fängst du dann auf dem Museum Brems-Ostmann-Ostmann-Fall. Und jetzt fängst du dann an. Jetzt fängst du dann auf der Fahrt nach Berlin-Ostmann-Fall. Und jetzt fängst du dann auf die Fahrt nach Berlin-Ostmann-Notr. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020